Bei dem Wettbewerb Sterne des Sports zeichnet der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksparkreiseisenbanken gesellschaftlich arrangierte Vereine aus. Dein Verein kann auf kommunaler, Landes- und sogar auf Bundesebene gewinnen. Also mitmachen lohnt sich. Auf lokaler Ebene kann dein Verein bis zu 1.500 Euro gewinnen und auf dem Bundesliga wartet eine Geldprämie von 10.000 Euro. Die Sterne des Sports werden also für regionale Sportvereine vergeben, die gesellschaftlich engagierend sind und einen Beitrag zum Gesamtwohl leisten. Untertitelung des ZDF, 2020